Peace ihr Lieben, herzlich willkommen und wunderschöne Ostern an euch. Dieses Jahr mal was Besonderes. Wir schauen uns die Karfreitagsprozession an in Bensheim. Und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und versuche euch so viel wie es geht zu zeigen. Nach drei Jahren Pause findet am 7. April wieder die Karfreitagsprozession in Bensheim statt. Die Karfreitagsprozession ist ein jährlicher kultureller Höhepunkt in Bensheim, der tausende Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Region und darüber hinaus beeindruckt. Rund 90 Laiendarstellerinnen und Darsteller in historischen Kostümen ziehen durch die Bensheimer Innenstadt und stellen den Kreuzweg nach. Um 10.30 Uhr beginnt das Ereignis mit der Festnahme Jesu am Bohnerplatz. Die zweite Station am Rinnentor zeigt Jesus vor dem Hohen Rat. Die Darstellenden und Zuschauenden ziehen dann weiter zum Spitalbrunnen, wo Jesus dem römischen Stadthalter Pontius Pilatus vorgeführt und zum Tode verurteilt wird. Schließlich wird am Marktplatz die Kreuzigung dargestellt. Der katholische Kirchenmusikverein St. Bartholomeus Fehlheim umrahmt die Prozession musikalisch. Organisator der Karfreitagsprozession ist der Verein Bensheimer Italienische Familien und Deutsche Freunde. Eingewanderte aus Italien brachten ihre Tradition des Passionsspiels in den 80er Jahren mit an die Bergstraße. Inzwischen führen ihre Kinder sowie Enkelinnen und Enkel diese beeindruckenden Brauch fort. Ihr Ziel ist es, das Ostergeschehen für die Zuschauerinnen und Zuschauer verständlich und erlebbar zu machen. Noch in dieser Nacht werdet ihr alle an mir Anstoß nehmen. Wenn alle Anstoß nehmen, ich nehme keinen Anstoß an dir. Wahrlich, ich sage dir, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, niemals! Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich würde mich niemals verleugnen. Mein Vater, lass du diesen Kelch an mir vorüber gehen. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Steht auf! Wir wollen gehen! Der, der mich verrät, ist nah. Der, der mich verrät, ist nah. Vielen Dank. Was wollt ihr mir geben, dass ich ihn euch verrate? Hier hast du 30 Silberlinger. Es ist der, den ich küssen werde, der ist es, den nehmt fest. Sei gegrüßt, Rabbi. Mein Freund, dazu bist du hergekommen. Bist du Jesus von Nathalem? Du sagst es. Ne, Prennungen! Ach, bist du Jesus von Nathalem? Ich bin es. Halt! Wann stehen? Er soll dem Schwert dreifschlagern. Stecke das Schwert an seinen Platz. Denn wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Dreh diesen Mann fest! Nehmt mich fest! Aber lasst meine Jünger frei! Los, Arbeit! Genau. Wräut ich mal gerade hier mal Platz, dass sie hier raus können? Das war jetzt die erste Szene auf dem Boner Platz. Und jetzt geht es ans Rennentor. Dort folgt der weitere Akt. Zwei, hier. Halt! Und jetzt geht es. Zwei, hier, hier. Zwei, hier! Dräum, woherst du? Das ist eine Erkati? Im浅-Zrieden? Woherst du hier? Und wenn du hier? Es ist eine Erkati-Sprache. Ich bin cool. Ich bin auf dem, Schlเลย, ich bin eine Erkati-Klze. Ich bin mit einer bin. Ich bin auf dem, ich bin ein Pantakalfa. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und was hast du gegen ihn vorzubringen? Er behauptet, der Sohn Gottes, der Messias zu sein. Sohn Gottes, der Messias? Entgegnest du nichts auf das, was diese Leute gegen dich vordringen? Ich beschwöre dich beim lebendigen Gott. Sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du sagst es, es ist so. Aber ich tue euch kund, von nun an wird der Menschensohn zur Rechten Gottes sitzen. Er hat Gott gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Jetzt habt ihr selbst die Gotteslästerung gehört. Was habt ihr beschlossen? Er ist erforderlich. Wir werden diesen Mann vor Pilatus bringen. Er soll unseren Beschluss ausführen. Nimmst das Geld. Es wird das Blut eines Unschuldigen verkosten. Wir, wir können das Geld nicht in Tempelschatz geben. Es klebt Blut dran. Aber lasst uns den Töpferacker kaufen, als Begräbnisstätte für die Fremden. Wir werden beide Entscheidungen verlangen. Er wird từ Kaffee geheurat, verrucksage зовtARY. Der Kaffee kann man Vereinigter. Er ist aufge delve Das war Akt Nr. 2. Jetzt folgt Akt Nr. 3 am Spitalbrunnen. Er wird vor Pontius Pilatius gebracht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Spitalbrunnen. 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 Heilige Grüß, Pilatus! Los, ruf mit dir! Warum bringt er mit diesem Mann? Was hat er getan? Er ist ein Verräter. Dann nehmt diesen Mann und verurteilt ihn auch euren Gesetze. Wir können niemanden zum Tode verurteilen. Er hat das Volk aufgehetzt gegen Cäsar und behauptet, ein König zu sein. Bist du ein König? Du sagst es, so ist es. Und wo ist dein Königreich? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also bist du ein König. Du sagst es, es ist so. Ich bin ein König. Ich bin geboren, um diese Welt zu retten und die Wahrheit zu verbreiten. Wer für die Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Was ist die Wahrheit? Er ist ein Verräter. Er ist nicht Gottes Sohn der Messias. Warum antwortest du nicht? Warum wehrst du dich nicht? Höre, Pilatus, du hast nichts mit diesem Gericht zu schaffen. Denn ich hatte heute Nacht einen Traum und sehe um seinen Willen gelitten. Tu uns eine Pflicht, Pilatus. Dieser Mann ist ein Gottesmesserer. Ich sehe keine Schuld in seinen Worten. Er hat das Volk aufgehetzt gegen die Gesetze. Er soll sterben. Und für das kommende Fest werde ich einen Gefangenen freigeben. Bringt mir Barabbas. Welchen Gefangenen wollt ihr Freie haben? Jesus von Nazareth oder Barabbas? Barabbas! Barabbas! Und was habt ihr mit ihm geschehen? Was habt ihr mit ihm? Ich soll euren König kreuzigen lassen. Wir haben keinen König, außer Cäsar. Ich bin unschuldig am Blutspielsgerechten. Das, das habt ihr zu verantworten. Sein Blut kommt über uns und unsere Kinder. Na, da kommen wir ja, du König! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Wenn du ein König bist, dann brauchst du auch eine Krone. Seht ihr euch an? Seht ihr euch gut an? Sieht so etwa ein König aus! Komm König, hoch mit dir, los! Soldat! Dann wandel! Dann wandel! Dann wandel! Dann wandel! Dann wandel! Aus den Galvarien, Berlin, hol das Kreuz! Leucht! Vorwärts! Bringt Dismas und Gästmast, damit der Königermann gefolge hat! So, jetzt kommt der finale Akt am Marktplatz, dort findet die Kreuzigung statt. Vorwärts! Alter! Alter! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.